Heute mache ich mit euch eine Landschaftsillustration. Wenn auch du Lust hast, meine Landschaft zu sehen, die ich mit Acrylfarbe mache, in meiner Art Journal Seite, dann bist du herzlich willkommen und ich wünsche dir dann jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, als erstes hatte ich schon mal im Voraus meine Seite mit Gässer bestrichen, so dass ich schon mal einen Untergrund habe und ich auch mit Wasser hantieren kann. Hier zeige ich euch gerade die Farben, die ich hier schon mal nehme im Voraus. Das sind nämlich die Blautöne, die ich jetzt hier erstmal verwende. Heute benutze ich auch meine Pappe, denn ich werde sehr viel mit Farbehöte rumkleistern, malen und etc. Da brauche ich heute meine Pappe zur Hilfe, denn da werden wir etwas rumhantieren. Jetzt nehme ich erstmal meine dunkle Farbe und mache da erstmal eine Schicht, was heißt da eine Schicht, ein Streifen mit meinem recht dunklen Blau, was ziemlich, ziemlich dunkel ist und ja, bestreiche meine Seite erstmal damit. Praktisch jetzt eine Linie, ein Streifen. Ich benutze hierbei auch sehr, sehr viel Wasser, denn ich möchte nachher, dass das sehr cremig, naja cremig kann man jetzt nicht sagen, sehr ineinander harmoniert nachher, denn ich nehme ja noch mehr blaue Farben und da soll es ja gut miteinander verlaufen, einen Verlauf hinbekommen oder wie man das so schön sagt. Und ja, hier kommt jetzt meine zweite Farbe mit ins Spiel. Die zweite Farbe ist etwas heller als die ganz dunkle Farbe und hier versuche ich das auch zu verblenden. Jetzt habe ich das Wort verblenden. Mensch, manchmal fehlen mir auch die Worte dafür und dafür benutze ich dann jetzt auch sehr, sehr viel Wasser gleich, was ihr jetzt aber nicht seht. Ja, denn nur mit Wasser kann man auch die Acrylfarbe geschmeidiger bekommen beziehungsweise den Übergang geschmeidig kriegen. Genau. Und hier versuche ich das blaue erst, das dunkelblaue in das hellblaue zu verblenden, wie ihr gerade gesehen habt. Und nun ist auch das untere, das untere Blau mir etwas zu hell. Okay, deswegen gehe ich dann nochmal mit der hellen Farbe nochmal drüber, sodass die Farbe dann auch dunkler wird. Und so mache ich das jetzt mit den anderen Blautönen genauso, wie jetzt hier mit dem Schritt, sodass ich dann schon mal einen blauen Himmel habe, den ich für meine Illustration dann auch brauche. Ja, das machen wir erst mal hier mit. Und ja, wir schauen erst mal. Jetzt werden sich bestimmt einige fragen, wie komme ich dazu, so eine Illustration zu machen. Ganz einfach. Ich habe bei Pinterest mir Bilder rausgesucht, die mir sehr gut gefallen haben. Und genau das Bild war, was mir als erstes ins Auge gestochen ist. Und ich brauchte einfach die Illustration in meiner Art-Journal-Seite. Das Bild, was ich bei Pinterest gesehen habe, das habe ich ein bisschen abgewandelt. Es ist nicht genau das Gleiche. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich versuche es mal so weit umzusetzen, wie ich es hinbekomme. Ja, das ein oder andere hätte vielleicht besser laufen können. Vielleicht hätte es auch gar nicht so laufen sollen. Ich habe mich einfach da inspirieren lassen, überraschen lassen, was ich daraus denn mache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Endergebnis, das ist ja einfach schön geworden. Das hätte ich nie gedacht, denn zwischendurch hatte ich schon das Gefühl gehabt, das wird nichts. Aber wie es halt so ist, man sollte immer weitermachen, auch wenn man zwischendurch denkt, dass es nichts wird. Im Endeffekt wird es vielleicht anders, als du denkst. Untertitelung des ZDF, An diesem Zeitpunkt jetzt hier benutze ich sehr viel Wasser und verblende die Farben miteinander und gehe mit Wasser drüber, was ihr gerade gesehen habt, so dass ich die Acrylfarbe geschmeidiger bekomme und sich so praktisch in sich verläuft. Jetzt habe ich das Ganze mit meinen Heißluftfönen getrocknet, so dass ich eine zweite Schicht drauf machen kann, mit dem ganz hellen Blau, wo ich jetzt hier und da ein paar Wellen reinmache, denn diese Wellen, die ihr jetzt gleich seht, sollen eine Art so Polar streiten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die so schwimmt, so wenn man in den Himmel guckt, so Polar wiedergibt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie das heißt, also das Wort dafür. Weiß ich jetzt leider nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das wollte ich jetzt damit darstellen. Der Weg dahin war etwas rülprig gewesen. Ja, aber ich habe das Beste daraus gemacht. Ich habe hier und da ein bisschen Farbe zu viel drauf gemacht, weil ich in dem Moment dachte, mehr Farbe ist vielleicht doch hier günstiger, um die Farbe zu verstreichen, so wie ich es brauche. Aber dafür hätte ich einen Fächerpinsel gebraucht. Den habe ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht hier zu Hause. Deswegen habe ich das Beste daraus gemacht, habe meinen dünnen Winkel genommen, meinen kleinsten, den ich habe und habe es versucht, damit hinzubekommen. Ja, was sich im Nachhinein sehen lässt, sage ich jetzt mal so. Ja, hier versuche ich jetzt ein paar Striche dran zu setzen, sodass ich den Verlauf nachher hinbekomme. Und ja, das ist genau der Zeitpunkt, wo ich es scheiße finde, sage ich so ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich habe es gut gerettet und ja, es sieht nachher wirklich so polarmäßig aus, sage ich jetzt so, wie es am Himmel manchmal so schön bunt aussehen sollte. Und ja, hier nehme ich jetzt mit ganz viel Wasser dazu, sodass ich das ein bisschen verschmieren kann. Und ja, die Struktur etwas weicher hinbekomme. Ja. Und im Nachhinein gefällt es mir eigentlich recht gut. Hier nehme ich jetzt wieder ein bisschen Farbe runter, da ich festgestellt habe, dass ich zu viel Farbe genommen habe. Aber genau das ist ja das Experiment im Mixmedia-Buch, eine Journal-Seite, um zu testen, wie viel brauche ich für dieses Experiment. Genau, sage ich jetzt so. Oder was kann ich besser machen, um es besser hinzubekommen. Das spiele ich jetzt einfach mit Wasser und Farbe wieder rum. Und ja, hier versuche ich, das Überschüsschen mit meinem Finger ein bisschen abzubekommen. Aber das ist schon so angetrocknet, da ich das ja bloß ein bisschen drauf gemacht hatte. Praktisch den Hauch von Farbe verstrichen habe, weil das meiste schon wieder trocken. Habe ich noch wieder doppler Farbe da hinzugemacht, um es ein bisschen plastischer aussehen zu lassen und es ein bisschen wieder zu neutralisieren. Genau, was ihr jetzt in diesem Schritt seht. so ein bisschen nur einen Hauch von Andeutungen machen wollte. Deswegen experimentiere ich jetzt hier mit dunkler Farbe nochmal wiederum, um es geschmeidiger aussehen zu lassen. Ich habe auch für die Art Journal Seite habe ich insgesamt auch drei Stunden gebraucht. Ich habe mir dabei auch sehr viel Zeit gelassen, denn ich habe mir gedacht, diese Seite sollte schön werden und ich wollte einfach experimentieren. Ich brauchte die Auszeit und deshalb habe ich dafür auch drei Stunden gebraucht. Ich habe das Ganze jetzt für euch einmal zusammengeschnitten in einer Kurzfassung. Ja, je nachdem, wie ihr möchtet. Wenn ihr Lust habt, könnte ich ja mal eine Langfassung von meiner Art Journal Seite machen. Aber dafür bräuchte ich von euch mal ein Feedback an dieser Stelle. und ja, schreibt es einmal unten in die Kommentare rein, ob ihr eine Langfassung von meiner Art Journal Seite lieber habt oder ihr, ja, die Kurzfassung, die ihr jetzt hier seht von einer halben Stunde, 40 Minuten circa, ob euch die Kurzfassung besser gefällt. Genau, einfach mal in die Kommentare schreiben, das wäre recht. Schick, recht, super von euch. Nach 15 Minuten, ja, für euch, für mich nach einer Stunde gefällt es mir schon recht gut mein Streifen da oben. Da habe ich ja nur lange rum experimentiert, um den so hinzubekommen, wie er jetzt gleich aussieht. Ja, das hat wirklich so lange gebraucht. Aber ich finde, mein Endresultat von den Streifen da oben, von meiner Polaransicht, ja, Lichteffekt, wie man dazu auch sagt, finde ich eigentlich schon fantastisch bis hierhin. und, ja, ihr seht, umso mehr man rum experimentiert, umso mehr kommt man auch ans Ziel, wie man sich das denn so vorstellt und man sollte nicht aufgeben. Weil an dieser Stelle, ja, muss ich sagen, gefiel mir es recht gut. Jetzt ist der Himmel so, wie ich ihn haben wollte. Ich habe ihn nochmal mit den Heißluftfölen getrocknet und nun nehme ich mal den Zickstift und, ja, male mir hier ein paar Hügel hin, ein paar Berge hin, denn ich wollte diese Optik noch mit integrieren und, ja, ich versuche mich einfach mal an ein paar Bergen, die ja eigentlich nicht so schwer sein können, um zu zeichnen. Glaub ich zumindest. Ja, das habe ich dann hiermit auch getan und ich habe dafür auch andere Acrylfarben benutzt, die ich ihr hier euch, ich glaube, auch gleich zeigen werde. Ansonsten werde ich euch die Farben gleich nennen. Meine Berge sollten, ja, so Sandhügel darstellen, deswegen gehe ich in einer gelben, orangenen Richtung rein und versuche erst mal, ja, den Hintergrund da, wo ich jetzt gerade male, der Übergang, den erst mal etwas orange darzustellen, sodass die Sonne so hinter den Bergen vorblitzt und, ja, da versuche ich jetzt eine Art Streifen hinzubekommen und das gelingt mir auch recht gut. Das gelingt mir nachher so gut, dass es mir nachher besser gefällt, als ich es mir vorgestellt habe oder vorgestellt, stellen wollte. Genau. Und wie ich euch kenne, manche haben bis hier schon durchgehalten, manche sind vielleicht auch schon weg, wie es halt so ist, aber ich kann euch sagen, es sieht jetzt noch sehr chaotisch auf meinem Blatt aus, aber im Endeffekt sieht es wirklich genial aus. Es lohnt sich echt dran zu bleiben, die bis dato durchgehalten haben. Ja, und ihr werdet nachher echt belohnt und die Seite kann sich echt sehen lassen nach meinen Empfinden. Nun versuche ich hier meine Flasche aufzubekommen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe das rausgeschnitten. Nein, das habe ich natürlich nicht rausgeschnitten. Fällt mir jetzt erst auf. Aber naja, gut. An dieser Flasche habe ich mich krumm und dämlich geärgert, weil diese Flasche so scheiße aufging, wo ich dachte, ich habe gleich die ganze Suppe hier auf meinem Schoß liegen. Ja, da habe ich mich sowas von geärgert, das kann ich euch sagen. zu meinen Sandhügeln. Ich habe mir gedacht, dass ich auf der einen Seite die Sonne hinscheiden lasse und auf der anderen Seite musste ja der Sandhügel etwas dunkler werden. Deshalb habe ich von hell zu dunkel das abgeteilt und wollte jetzt auf der Seite, die ich jetzt begonnen habe, die dunkle Seite machen. Habe ich auch recht gut hinbekommen, bin ich der Meinung, ja, mit hier ein bisschen Farbe und da ein bisschen Farbe kann man schon viel rum experimentieren. Ja, probiert es einfach auch mal aus. Vielleicht habt ihr ja Lust, es nachzuzeichnen, weil ich empfinde sowas nicht für schwer. und es ist vielleicht auch was für Anfänger, die gerade rum experimentieren mit Farbe und sich selber finden wollen, möchten, in welche Richtung sie auch gehen wollen. Vielleicht macht der ein oder andere es einfach mal nach. . Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt sind wir auf der hellen Seite des Berges angekommen. Und hier experimentiere ich sehr viel mit Gelb und Orange und ja, hier seht ich versuche hier die Seite irgendwie noch ein bisschen dunkler zu bekommen, habe festgestellt, wenn ich die dunkle Farbe nehme vom Lila und Orange, dann wird es ja irgendwie ganz, ganz dunkel und so scheiße, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Das versuche ich jetzt noch zu retten mit meinem Orange, was mir auch recht gut gelungen ist. Und versuche dann halt meinen Berg, Sandberg auf der Seite hell zu bekommen, so dass es noch ansehnlich aussieht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und ich finde es ist mir bis dato schon mal recht gut gelungen und es nimmt echt jetzt Form an, wo ich gedacht hätte, nie im Traum dran gedacht hätte am Anfang, dass es denn später mal so aussehen wird. Genau, was ein paar weiße Striche schon bewirken können, das ist ja einfach Wahnsinn. Ja, mir fehlen hier einfach die Worte, denn ich finde es einfach nur schön. Hier ziehe ich nochmal mit der dunklen lilanen Farbe die Berghügel nach, damit man sie auch noch gut erkennen kann als solches. Und ja, genau. Und dadurch, dass das Ganze jetzt schon langsam Form annimmt und ich es schon bisher recht gut gefällt, habe ich nachher im Nachhinein Modikamera-Auswahl, mein Posca-Pen, meinen weißen genommen, habe damit noch ein paar Sterne in den Himmel gemalt. Und ja, ich zeige euch jetzt das Gesamtbild, wie es aussieht und schreibt mir einmal in die Kommentare rein, wie es euch gefällt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!